Okay, das ist der Podcast. Direkt nach dem Auftritt. Ja, 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 ja. War sehr aufregend. Hallo. Achso, nee, genau. Hallo, Podcast. Nein, es tut mir so leid. Ich hab, ey, ich hab eine der goldenen Regeln verletzt. Ich hab Kaugummi auf der Bühne gekaut. Weil ich so aufgeregt war. Deshalb brauchen wir viele Mails und Steve, damit wir das nie wieder in deinem Leben suchen. Also alle Mails an steve.at.rap-soul.de. Du Spaß. Wenn du noch mal Kaugummi auf der Bühne kaufst, dann bin ich mehr deine Fans. Das tut mir so leid. Aber unser Keyboarder will auch noch was sagen. Ja, Steve. Ich bin enttäuscht. Kaugummi auf der Bühne. Auf, ey, scheiße. Nee, wobei. Das ist cool. Das ist cool. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ruft für uns an, weil wenn ihr das seht, ist alles vorbei. Dann ist alles vorbei. Kauft die Single. König der Welt. Geht in den Laden und kauft die Single. Du Spiel. Okay, ey, was auch immer passiert. Das ist live on take. Das ist der Elf. So. Das ist der Elf. Sag wie ich. So. Das ist die Elf. Ich bin ein. So. 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 Untertitelung. BR 2018